Ah, wir sind im Bunker. Stimmt, da hab ich ganz vergessen. Ja, Blasregs, da kommen noch bewegte Bilder. Ich hab doch jetzt Urlaub. Bewegte Bilder? Ja, so Schlipperfilme. Auf der Banane oder was? Ekelhaft. Dann weiß ich, wann ich abschalten kann. Besser ist das. Kostverächter, ja. Kostverächter, ja. Nennen wir es mal Kostverächter, ja. So, wieviel Uhr haben wir eigentlich? 23,48 solch gehoren, sterben wahrscheinlich gleich. Ähm, achso, ich hab mich entschieden, die Switch-Indikation einzuschalten. Achso, ja. Wir hatten, also ich hatte vorhin einen Frosty gefragt, wie war es heute eigentlich? Achso. Letztes Mal hatten wir ja noch nicht. Aber auf einfache Punkte halt. Achso, ja, können wir machen. Options, Switch. So, Optionen, Switch, äh. Ab. Und? Was? Ja, wenn du schon da bist, kannst du das auch mal ausnutzen. Verbindung fehlgeschlagen. Was ist jetzt los? Ah, jetzt. Oh, da freut sich jemand im Hintergrund. Was ist das denn jetzt? Ja. So, Standard-Punkte. Ich mach Punkte, deaktivieren. Warte mal, auf was hab ich noch meine Punkte? Hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich hab auf Standard. Standard Abklingzeit. Standard. Standard. Ja, hab ja auch. Passt. So. So. Hier ist noch mal. Hier ist noch mal. Hier ist noch mal. Hier. Ja. Aber, aber irgendwie kommt im Moment kein Update mehr für das Spiel, ne? Das ist merkwürdig. The Seven Days? Und ich hab... Ja, ich hab... Ja, ich hab... Ja, nein, nicht The Seven Days, sondern, äh... Irgendwie hab ich einen Harschengfilter bei mir. Ja, den seh ich auch grad. Aber nur wenn du guckst. Wann hast du denn... Den... Den... Server neu gestartet? Äh... Gar nicht, glaub ich. Da werden schon wieder die Punkte abgefragt, gleich. Waaah? Oh ja, bei mir auch. Äh... Soll ich gleich mal Freundschaftsanfrage hier machen. Was ist denn das hier? Oh, heiß. Sie sind schon ganz heiß. Merkt ihr das? Ja. Wo ist der... Unser... Ach, da ist unser Richter. Ja. Die wollen dich tot sehen. Das ist alles. Ja. Die Roller werden mit ihrem geilen Tod, ey. Warte doch mal auf mich. Warte doch mal auf mich. Warte, denkst du, da kommt so ein riesen Motorrad an und dann kommt hier so ein kleiner pumplicher Roller. Wie war das denn? Wie war das denn? Nein, 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 nein. Die Hupe, ne? Ja. Nein, 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 nein. Oh, das ist ein Roboter. Haha, tschüss. Wo bist du denn? Die Roboter. Ja. Der muss dann einfach mal die, die Freundschaft dann Frage annehmen. Oh, oh. Was ist das denn? Oh, oh. Oh, oh. Ah, jetzt. Mal kurz ein ganz schöner Leck hier, ey. Das Wüste! Wüste! Das waren die Regeln, die wir... Oh, oh, da ist so ein riesen... Zombie. Irgendwas. Was? Ich bleib drauf. Immortal! Äh, wir müssen uns mal ein bisschen mit Essen um zu schwimmern, ne? Oder? Vielleicht. Ich dachte, wir nehmen um. Ach so! Okay. Was? Was macht der Zombie denn da? Bin jetzt aber nicht okay. Nee? Double the points, double the fun. Nee, 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 Plattricks. Wir bleiben erstmal bei Einfach. Ach, der hat die Schulgröße. Wir bleiben erstmal bei Einfach. Das ist Feuer, oder? Und dann gucken wir mal. Oh, der ist ja noch ein paar viele Sachen hier. Ah, der Bleck ist da! Wir haben mal Zeit, du! Können wir mal anlegen hier. Los, 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 los. Was ist los hier? Ah! Ich hab noch gar keine. Ich hab gerade ein bisschen in der Hose. Ich hab in der Hose. Muss ja Morbus machen. Morbus! Was? Eure Anfälle. Noch ein halb viel, was ist das so? Hab ich doch hier? Ich hab hier schon eine Freundschaftschaftschaffer geschickt. Also Gruppe. Aber auf einem Punkt in zwei Streams, bedeutet man doppelt. den Punkt befahren kann. So, ja, stimmt. Hat er recht. Kaktus. Au! Aua! Voll gegen Kaktus gerannt. Bin schwer verletzt. Oh mein Gott. Wir haben einen Bluter. Und jetzt mal kurz ein bisschen dunkel, weil ich kann keine, keine Lampe an die Schaufel hängen. Dann ist sie wahrscheinlich reingegangen, wo ich, wo ich noch gar nicht, äh. Schön ist, ich kann hier spannen. Ah! 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 Machen wir in der Zwischenzeit einfach mal. Hab ich Pumpe? Twitch an. Ups. Ey, war doch gerade eine Schlange, oder nicht? Dessi, merkst du was? Nee. Der will sich einfach nicht als Freunde hinzufügen. Hey, ich hab doch jetzt dreimal gedrückt. Gedrückt? Also, ich hatte eben grad noch kein Tiefchen. Oh Gott. Ich guck gleich nochmal, wenn ich hier... Hallo? Was ist denn los hier? Wo kamen wir denn Zombies her? Ja. In den Anus geschossen. Ja. Zweites Arschloch. Ja. So, ich drück nochmal. So, ich drück nochmal. Und ich drück nochmal. Ja, wenn du bei jemand anders spawnen willst, ja. Also, ich hab jetzt nochmal bei Blacky Freundschafts-Anfrage gemacht. Ja. Warte. Was ist denn los hier? Wo haben die ganzen Zombies her? Switch Integration. Jetzt. Jetzt. Und wenn du ne zwei dahinter machst, dann spawnst du bei Blechen. Eins für Morbus. Und zwei für... Ja. Ne, wir haben doch gar kein Ding. Ja. Nein, ich mein nur, weil hier eben gefragt worden ist. Krass. Wer bist du denn jetzt? Äh... Wart, wer bist du denn? Oh, jetzt ist die Abgrillzeit vorbei. Der Abspiel ist aber komisch da. Was ist denn los hier? Ich bin euch schuldig hier. Was hast du denn? Ja, die Lache. Hihihi. Hattet ihr ihn geben zu? Ja, ich hab ihn gern zu haben. Du nicht? Nö. Aber das habe ich mittlerweile in vielen Spielen. Ja? Ja, das ist natürlich das letzte OBS-Update. Hast du deinen Streaming-Schlüssel geupdatet? Ja, hab ich alles schon. Habe ich schon. Also, ich hab keine Probleme mit dem neuen Update. Du hast da lang. Hoi, hoi, hoi. Ja, sei froh. Also... Ich hab... In Dying Light hatte ich schon das Problem. In... Oha. Ähm... Ich hab die Woche noch gespielt. In Seven Days hatte ich das Problem. Okay. Oh, schau drauf. Mhm. Hä, wo ist die Fackel jetzt hin? Die Fackel... Ach da. Okay. Apropos Fackel. So. Was leuchtet denn hier? Warum leuchtet denn das hier so? Und... Bap! Und... Bap! 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 Das ist mir ja überhaupt nicht. Das Spiel ist voll süß, ja. Ich hatte ja Dachzeuge letztes Mal noch geguckt. Schlimm, schlimm, schlimm. Wir brauchen Eisen, ganz viel. Das ist am frühen Morgen, ja genau. Die machen mich fettig hier. Fettig? Wieso ich? Ich mach doch nichts. Ich bin nur am Lochbuddeln. Was denn? Nur weil du kranke Gedanken hast? Kann ich auch nix dafür. Das Motto eines Tokenkalbers, ja. Das Loch ist Loch. Nein. Wurde mal. Wurde mal. Wir werden grad irgendeine Katze misshandeln. So hört sich das zumindest an. Ich glaub ich muss gleich mal später nochmal starten. Lass dich kaunt ab. Immer schön. Ne, das kann am Server liegen. Oh oh. Hallo. Nie geblieben. Schalapp. Achso, draußen läuft hier so ein anderer Macker rum. Ja, ich hab absolut keinen Sound. Das ist doof. Das hatte ich aber auch am Dienstag. Und da hat sich von meinem Monitor der Sound eingestellt. Statt von meiner... Ah, das hab ich auch schon gehabt. Ja. Da hat sich das Audioausgabegerät am Rechner verstellt. Genau. Das hab ich auch schon gehabt. Ja. Ja. Dann hab ich immer wenn mein Monitor in Standby geht. Und dann wieder äh... Aufstieg weg wird. Ja. Dann plötzlich... Oh. Guck mal ob's vielleicht daran liegt. Ja, ich guck mal. Ja. 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 So. Oh, da ist aber niemand am Teuschen. Ist da jemand krank? Mhm. Oha. Ja, ich bin auch noch agatet. Mit dem Thema sind wir gerade bei uns jetzt durch. Ja. Oh, es ist hell. 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 Hell-air. 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 Bei mir im Loch ist es dunkel. Aber ich hab ne Fackel aufgehängt. Das geht. Also ihr hört jetzt was, aber ich höre nichts. Ah. Hauptsache. Ähm. Das ist meine Tochter. Ja, dann wünsch ich mal gute Besserung von mir. Ja, auf jeden Fall ne. Gute Besserung. Die Arme. Hm? Ach so. Ja. Ach so, ja. So, ich hab ein bisschen Fleisch. Na ja, du bist über zwei Meter da schon nicht mehr wie ein bisschen Fleisch dran. Aber nur ein bisschen. Ja, nur ein bisschen. Ich will auch noch mal ganz kurz. Und besuchen wir den Start noch mal kurz ein Spiel neu. Damit hat er die neue Ausgabequille anerkennt. Ich hab irgendeine komische Stimme. Echt? Jetzt hat sich grad angehört, als ob hier irgendwie, als ob ich grad in so einem Roleplay bin. Oh. Ja. Die sieht schon aus. Oh, danke. Das ist Frosty, der gleich hinter dir steht. Wahrscheinlich. Was? Fasst er mich gleich an wahrscheinlich. Ja. Hm. Das war mir so klar. Ja. Ja. Ach ja, herrlich. So, jetzt muss ich eine 7000er-Box aufschlagen. Was bist du für ein hässliches Ding? Hast du dich mal angeschaut? Ja, ein hässliches Ding. Ja, unfreundlich. Alter. Dann geht nicht so. Ah, fängst mich doch rüber. Dann verspielen. Schankedön. Oha Warte mal Warte mal Na egal Komm, wechern mich Lalalalalalalalalala Oh mein Gott Und bei euch so Ja, muss das ne Ja Da kannst du so durchhitten Na, super Oh, der Papa hat Hunger Hast du Essen dabei? Großfleisch Yeah Hau rein Großfleisch kannst du gar nicht essen, oder? Doch, kann man essen Durchfall 12%, ne Lass mal lieber Jetzt lass doch runter mit der Rübe Mit der Runkelrübe Ja, Level 16 Wup, wup Weil er ist Level 11 Warum? Er cheatet ja auch Ja Wie immer Weißt du, es ist dein Server und du bist das Level 11 Ja und? Ich cheatet ja auch nicht Achso, aber ich cheat auf deinem Server Ja, hundertprozentig Ja, natürlich Muss er ja auch Ich vorteile einfach Ja Ja, ja, mach mal Ich hab ne neue Quest So, 300, 200, 140 Bamsle Und? Ich hab eine Mitgliedschaftskarte Mitglied hast du? Jawohl Ja, ja Besser mit als ohne Ha, ha, ha Sag das mal Deiner Frau Hat jemand von euch ne Shotgun? Ja, ich Ja, ich Ja, ich Ja, ich hab Munition für dich Oh Herrlich Kostet aber Ja, mach nicht 7,62 Munition Welch komm hier meine Rolle Ja Oha Who is my Schru da? Hau ab Ich muss weg Bhusa, du saß, bhusa also, sowas von Out, man Nanananananananananananananananananananananananananananananana Hör mal ich brauch keinen Soundblaser, ich hab norbus was die audio settings im spiel also ich hab hier total ich fahr mal kurz heim dann muss ich mich auch wieder mit dem lecky verbinden ich bin noch gar nicht da also du bist noch gar nicht da was die audio settings options audio ach ja 100 prozent 100 prozent 80 jetzt ja aber du weißt ja nicht wofür was ist egal egal das ist doch egal was habe ich jetzt hier überhaupt kaffeemaschine ich mach mich doch nicht immer heiß auf kaffee meine tasse ist schon wieder leer kaffee aber ich mach mal miesen ein moment ne war doch noch nicht ganz oh ich hab blaubeerkuchen gefunden ich hab nen blaubeerkuchen ohh oh lecker du hast damit angefangen echt mal also beschwert sich nicht ja lillif yeah jetzt hessi lillif Vielleicht solltest du ihnen doch mal öfters einen Neustart geben. Ja, ich hab das vergessen. Normalerweise mach ich immer alle Servers, die morgens einmal neu starten. Lässt das alles über den Root laufen? Nö, hier. Meine bekannten Freunde vom D-Portal. Na gut, Server ist mir noch ein bisschen zu feuer im Moment. Nö, wieso? Also ich bezahl für meinen keine 20 Euro. Nö? Die Woche. Im Monat. Erst? Wie ist das denn? Nö, ich hab mir im Prinzip ein VPS geholt und da lass ich alle meine Spiele, also die ich auf dem Server haben will, drauf kaufen. Okay, das musst du mir mal erklären, weil dann will ich das machen. Ja. Ist im Prinzip nichts anderes wie G-Portal und hast, äh, weniger Kosten. Und kannst sogar auf einem Server gleich mehrere Spiele aussehen. Ah okay, das ist natürlich auch geil. Ja. Da müssen wir dann mal so in Ruhe drüber schnacken. Ja. Ich kann dir auch gerne zeigen wie. Ja, gerne. Wobei das meiste öfterste kennen. Das hört sich halt an wie das erste Date, kann das sein? Das macht ihr schon. Unser erstes, ja. Das macht ihr schon, die zwei hübschen. Ah hier, mein Bruder ist auch ganz interessiert anscheinend. Mhm. Ja. Du sollst mal lieber mit spielen hier in dem Spiel. Hallo. Hey, wir haben Besuch. Wo denn? Ja. Ach. Der schläft grad. Ach so. So. Das Spiel müsste auch mal heilig gemacht werden. Ah, die war's noch gut. Bauen. Boah, er wieder, ey. Wir müssen ja überschreiben hier. Tatütata. Die Feuerwehr ist da. Wo war denn eigentlich der Händler? Ähm. Am anderen Ende der Stadt irgendwo. Kann ich mich noch erinnern. Ach, hier wo ich... Ne, hä? Ah, hier irgendwo, ne? Ich glaub hinter der Nahrungsmittelfabrik, die wir da haben, müssen wir, glaube ich, entweder direkt links oder direkt rechts. Ich glaub hier irgendwo war das, oder? Auf der, auf der Straße. Also auch an Flüssigkeiten. Ah. Wer wär's? Flüssigkeiten. Austauschen, oder wie? Ja, Flüssigkeiten, natürlich. Flüssigkeiten. Flüssigkeiten. Aber was für Flüssigkeiten? Das ist alle. Alle? Alle. Wo ist denn der Fluss Backofen? Ja. Und noch viel mehr. Äh, da. Ach, hier ist der Händler. Soll ich vielleicht mal markieren? Kann ich nicht machen? Muss ich nicht mal suchen. Toll. Ich bleib da. Oh. Du solltest erst noch ein paar Pappen. Ach, da. Wo's dran steht am besten. Ja. Seht ja nicht dran, das ist das Schlimme. Danke, Blacky. Einer sagt es wenigstens mal. Wegpunkt speichern. Handler. Also, ich glaube ab sofort. Ich bin Winnie One. Er ist Winnie Two. Winnie One und Winnie Two. Ach. Okay. Kennt wieder keiner, oder? Ah. Winnie One und Winnie Two. I'm Winnie One, he's Winnie Two. Ja, für mich auch. Das Pulli Parade. Das Pulli Parade. Das sag ich mir auch gerade. Das Pulli Parade kennt wieder keiner. Ah, ihr seid so. So ein Scheiß. Banausen, ey. So ein Scheiß guck ich nicht? Nee. Alter. Wollte nicht mein Ding. Pulli Parade. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich habe zwar teilweise mitgeguckt durch die Kiddies, weil die da eine Zeit lang echt drauf abgefahren sind, aber interessiert habe ich mich dafür auch nicht. Hat ist mit euch. Hat ist mit euch. Ja. Ich bin schwer enttäuscht. Weißt du was, damit kann ich auch leben, ey. Dafür musst du halt die Stange für uns hochhalten, weißt du. Ich denke nicht, dass ich hier irgendeinem irgendwas halte. Um das mal hier gleich zu klären. Wen müssen wir es an der Stange fassen? Äh, du Färschel. Alter. Ja, Morbus Dia. Ich bin ja noch nicht da. Gott sei Dank, man. Gibt's ne Pumpgun genau, Platrix. Wenigstens einer. So, mal gucken, ob ich jetzt gleich ingame Sound habe. Mit der Pumpgun geht's der Bankmann. Was ist denn das hier? Heuballen. Was soll ich denn mit Heuballen, Alter? Warum hat denn der Händler eigentlich nur so wenig? Weil das ein Standard-Vanilla-Händler ist. Das ist ja ekelhaft, ey. Der hat ja nüscht, ey. Aber wo soll ich die Schlüssel mal reinpacken? Ja, haben wir doch in den Tresor, oder? Ja. Ach so. Stimmt, das hast du selbst noch angelangt. Ja, das ist echt so, weißt du? Ja, aber das ist ja zwei Wochen her. Ja, er wird dann auch nicht jünger, Blacky. Was willst du machen? Da hab ich ja recht. Ich bleib nicht jünger. Nee. Ich weiß, mit jeder Woche kriegt er 50 Jahre mehr. Ja. Also, dass du so schnell abbaust, hätte ich ja jetzt nicht, Gitta. Nicht? Ne. Was hast du gesagt? Ja. Wer sind sie? Was wollen sie? Ja. Deswegen ist er immer so vergesslich, dass er... Ja. Hä? 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 Aber an den Sound-Einstellungen hast du geschaut. Das liegt nicht am Rechner. Hä? Also entweder liegt es direkt in OBS. Oder... Oder... Ja, aber die Sound-Einstellungen in OBS passen auch. Nö, das passt alles. Also es gibt ja zwei, zweimal Sound-Einstellungen. Ich war sagen, hast du den Aufschlag, wenn du bei OBS nur das Spiel spielst? Hm, Moment. Weil es setzt sich nämlich nochmal was anderes zurück, das Standard-Gerät, nämlich bei... Ja, genau, bei Windows-Einstellungen. Wasser, Wasser, Wasser. Äh, Stop-Audio habe ich auch schon. Hm. Äh, aber jetzt ist die Frage, ist das von euch, oder ist das von Spielen? Sehr komisch. Deswegen habe ich alles auf, jetzt rein zu Spuren, so kann ich das besser kontrollieren. Oh, der Werte Herr. ID da. Warum nicht? Ich habe jede Spur einzeln einstellen. Ja, ich finde das besser. Ja, würde ich auch gern, kann ich aber nicht. Warum nicht? Klar. Ich so doof dafür bin. Das hast du jetzt gesagt. Ja, ich bin hier nur zu faul dafür, es zu machen. Hallo. Oh Gott. Ist natürlich auch ganz schön Frommel-Arbeit, ne? Was ist denn das? Was ist denn? Guck mal hier. So, so Fliegenhorde. Äh, was ist das denn? Das sieht ja voll wie das sieht aus. Weil die spucken. Was kommt denn da? Ach ja, die spucken hast du. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen. Was ist das für eine Scheiße hier? Okay, das wird nix. Hallo? Was ist denn, wo ist die Karre? Ja. Wollen wir mal erzählen, wo die auf einmal herkommen? Ich muss ja weg. Danke. Vorsicht! Was ist denn das für eine Fliegezeug? Das ist ja schrecklich. Von der Heimat. Ist ja mal voll übles Fliegengezeug. Ich weiß gern, wie man das platt macht. Oh, was steht denn hier? Ein Motorrad. Braucht das noch einer? Ich hab auch hier drin. Tatsächlich. Jetzt. Jetzt gehts. Warte, ich muss mal essen. Du haben... Unberührt. Oh, wir hatten die Tür hier zuhause offengelassen. Oh, Entschuldigung. Das war wohl nicht dann aus Versehen. Das ist nicht schuldig gemacht. Er hat die Tür offengelassen. Alter. Keiner wo die Wahrsteine, ey. Eine Tür, da werden sie direkt drin gehen. Keine Punkte mehr. Oh, das macht der immer. Er lässt immer die Tür offen stehen. Ich gucke, ob das geschmiert ist. Braucht jemand das geschmiertes Eisen? Oder ist das gleich für Werkzeuge entdeckt? Ne, mach ruhig. Dafür habe ich es gemacht. Achso, dann kann ich mir jetzt auch Gruppe wieder schicken. Ne, jetzt mag ich nicht mehr. Ne? Ich will hier nach Haus an. Schaufel, Axt oder Hammer? Axt. Axt. Axt Machuc zdecah�